Yes, very cool. So, next race. Ähm, was nehmen wir denn mal? Komm, wir machen mal Rennen, komm. Aber mal hier, ja, aber mal vernünftig, komm. Aber mal vernünftig rennen, ne? Vernünftig rennen. Rennstrecke. Okay. Ne? Und der Stüssel kriegt jetzt erstmal, was da alles braucht. Nicht little legal, nicht little legal, dann mach doch ab auf die Piste. Warum? Nur so. Nur so. Nur so. Weißt du, was cool wäre? Wenn man die Skype-Confi noch mit den Kameras oben einfügen könnte in der Ecke. So im Stream, das wäre geil. Gott. Oh Gott, so kleine Mini-Bildschirme so mit den Kameras. Stoner Duck ist da. 806 Performance, oh Gott. Oh mein Gott. So dein Lümmel-Outfit an der Wider, ne? Wer? Wer? Du, wer? Wieso Lümmel-Outfit? Ja, ich glaube, jeder hat ein Lümmel-Outfit, oder? Wenn er zu Hause auf der Couch liegt, oder? Du hast auch ein Lümmel-Outfit, also du da in der Kamera. Ich seh' dich gerade mit deinem Pyjama da, ich seh' das, ja, ja. Ja, da freu' ich mich schon richtig drauf, allgemein, auf neue Autos, was ich kriege. Sie sei froh, dass ich überhaupt was anhab', so warm, wie es bei mir ist, und ich am liebsten oben ohne hier sitzen. Bei mir ist richtig angenehm draußen, ohne Spaß, richtig cool. Auf my life. Geil. And I never felt this way before. And I swear, this is true. Ist die Hitze egal. This is true. Oder andersrum ist er. So, fünf Runden, Mädels. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, das sind diese... Moin, Mois Vosel. Ja, wenn ihr den Rücken frei halten, dass ich als erstes durchkomme, um mal Punkte zu bekommen. Drei, zwei, eins. Risiko. Risiko. HSV-Fan magst mitmachen. Ja, wenn HSV-Fan wieder dabei... Prost, ja, Moment, ich kann gerade nicht mit 10 T30 anstoßen, ich bin gerade am fahren. Ich muss meinen Motor gleich erst ölen. Aber HSV-Fan... Aber wenn er mitmachen möchte... Ja, genau, wir haben hier Crew-Lackierung. Wenn du willst, kannst du mitmachen. Aber der Stüssel muss hier raus. Hau ihn raus, hau ihn raus! Warte, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Jawoll! Bäm! Ihr Busser, Alter! Fahrt vorne, Fahrt vorne. Fahrt vorne, Fahrt. Ja. Banane, wenn unsere Position so weit ist, kannst du hier ein bisschen abbremsen. Stüssel ist raus, Stüssel ist raus, Stüssel ist raus, Stüssel ist raus. Den habe ich rausgekickt. Ihr seid ja schon beides Level 2. Wirst du noch aufsteigen. Lass René gewinnen. Ja, ja. Ja, ja. Fahrt in deinem Windschatten und vor der Ziellinie kannst du dann... Stüssel dabei rauskauen. Wenn HSV-Fan Bock hat, dann würde ich gar nicht gerne mitmachen. Also wie gesagt, wir sind hier noch Platz frei. Wir haben Crew-Lackierung jetzt. Wir haben hier so die Lackierung mit dem Kratzer und alles und orange eloxiert. Sorry? Das war nicht so nett, aber gut. Nein, nein, nein. Ich habe... Ähm... Na, du sagst weiter weg aus, ey. Du hast was... Ja, ja. Nee, ist ja wie gesagt kein Thema. Ist gar kein Drama, Herr Obama. Kein Drama, Obama? In the house, Obama? Da musst du mal raus, Entschuldigung. Das muss da einfach mal gesagt werden. Genau, das musst du mal gesagt werden. Und da kommt auch schon der Stüssel. Alter, wie kann der denn so schnell nach vorne kommen? Vorsicht, Banane. Ich habe den nicht gesehen. Hau ihn raus. Hau ihn raus. Ohne Scheiß, hau ihn raus. Hau ihn raus. Wie kann der... Wie kann der so schnell nach vorne kommen? Der hat keinen Windschatten. Geht eigentlich nicht. Fährt der den Silverado? Sorry, Banane. Aber ey, ohne Scheiß, das geht nicht. Ohne Scheiß, das geht nicht. Beruhigt euch, Jungs, A. Beruhigen. Wie sollen wir uns beruhigen, bei so einem Affen kommt? Wir kommen nicht dran. Wir kommen nicht dran. Ey, der war 5 bis 600 Meter hinter uns. Wie kann der so schnell nach vorne kommen? Vor, wie der 200 Meter vor mir jetzt wegzieht. Das geht überhaupt nicht. Ohne Scheiß, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Der ist jetzt auf der 300 Meter Entfernung von mir. Okay. Wenn das so ist... Banane halte ich Konstanz 100 Meter. Geht nicht, geht nicht. Doch, machen wir es schon. Der zieht mir gerade weg. Der zieht mir weg. René, überhol mich, damit du noch Zweiter wirst und Punkte kriegst. Dann bin ich so ein Assi. Weil wer so cheatet... Ich hab 480 drauf jetzt. Weil wer so cheatet, auf jeden Fall. Sehr gut. Äh, wo soll ich... Scheiße, fuck! Damit will ich dich nicht treffen. Oh, fuck. Vielleicht wird er den ausbremsen. Ja, natürlich. Er wollte er. Geht aber nicht mehr. Mann, fuck! Vorsicht! Aber der hat noch eine Runde, ne, oder? Nee, letzte Runde. Scheiße, fuck! Ja, aber ihr müsst noch einmal rumfahren, oder nicht? Nee. Jetzt krieg ich die Meldung. Die Linie liegt vor dir. Vorsicht, Banane. Ich hab's nicht innen. Ich hab' gebremst, du mir da. Jawoll! Komm, holt den euch! Scheiße, der ist auch mal ins Ziel gefahren, ne? Fuck! Mann! Scheiße! Wie kann... Wie kann der bitte... ...so an uns vorbeischießen? Ohne Windschatten? Ich versteh's auch nicht. Muss mal kurz eine Nachricht schreiben. Bin gleich wieder für euch da. Ja. Und der ist überhaupt nicht der Beste und alles. Und ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Prost zusammen. So, äh, ich geh da mal schlafen, Leute. Ja, mach's gut, HSV-Fan. Schlaf gut, bis denne. Mach's gut, tschüss. Danke, HSV-Fan. Gehen wir raus aus der Lobby? Ja, natürlich. Ich fahr doch nicht gegen den Stüssel. Ich brauch ne Kippe, eine Pinkeln und dann geht's weiter. Und willkommen zur Let's Play Live-Show und alle neuen Zuschauer. Ganz ruhig, Cheetah, Hacker, vielleicht auch der heilige Messias. Der kann von mir aus alleine fahren, gegen sich selber. Aber nicht gegen uns. Ne? Weil der Raptor kann nicht schneller sein wie unsere Autos. Auf keinen Fall. Und vor allem ohne Windschatten. Bei mir war der 600 Meter hinter mir. Wie will er da Windschatten holen? Vor allem Flexi hat sich heute mein Rennskyline mal angeguckt. Ja. Von den Werten her. Das hätte gar nicht gehen müssen, dass er mich einholt. Das geht gar nicht. Ich bin mit meinem Skyline 430, 440 im Windschatten vom Banane gefahren. Das geht gar nicht. Ich bin rausgezogen. Auf keinen Fall. Als ich rausgezogen habe, bin ich auf 460. Ich bin denen nicht reingekommen. Der ist alles weitergefahren. Ja, 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 ja. Naja, wie gesagt. Wir machen jetzt erstmal ne klitzekleine Pause. Solltet ihr auch tun. Ne kleine Pipi- und Pupu-Pause. Eure Schipselpause, Raucherpause. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der Let's Play Live-Show mit The Crew, Liga, PvP-Lobby. Also bis gleich. Jo, Borissianer, wir hatten heute auch einen Leg-Switcher. Das ist jemand, der die Leiterung der anderen Spiele sozusagen unterbricht. Dann hatten wir Verbindungsproblem. Verbindungsproblem hat sich gelegt und der hat einen Sprung von 300 Metern gemacht. In einer Sekunde. So, bin wieder da. Jo, ich bin kurz zum Tuner gefahren und kaufe mir gerade alle Farben. Ja, Borissianer. Es hätte da vor allem einen Schalter umgelegt und Mega Nitro gehabt. Oder dauerhaft ein Nitro. So, willkommen zurück. Zur Let's Play Live-Show. Ja. So, vielleicht auch einen Spielfehler. Aber nach dem Patch können wir alle Fehler auftreten. Was war Release? Ich habe das mal eine selber abstürze. Ihr habt ihr schon recht, da einen Schalter umlegen. So. Ja. Ich glaube, Banane tut sich gerade mal ein Rennen-Raptor und guckt, ob das Ding wirklich so schnell ist. Nö, natürlich nicht. Ich habe doch mal einen Rennen-Raptor. Ich habe den auch. Und das war aber kein Raptor. Das war ein Raptor. Nein, der Raptor hat ein breiteres Heck. Nein, das waren Dings gewesen. Das waren, ähm... Rambo oder Celebrator? Rambo das gewesen. Den habe ich auch. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Viele bei unten... Ja, der ist schlecht, aber ich finde den ganz geil. Ja, aber so wie der abgezogen ist, ist es äh... Abnormal. Der ist Klingel oder nicht? Der Rambo oder eine Farbe ist ein YouPlay-Belohnung, okay. Der Rambo das, glaube ich. Ja. Das muss man eben kurz... Kleinen Moment. So. Weiter geht's. Aber nicht wundern, wenn mein, äh... Mein Performance-Fokus dann eine andere Farbe hat, weil ich gerade ganz viele Farben kaufe. Okay. Soll ich schon mal suchen? Oder nicht? Hm, du kannst schon suchen, ja. Okay. Prost zusammen, zum Wohle. Prost. 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 Ich muss Getriebeöl nachkippen. Ten T. Thirteen. Vom Handling ist der Ram kaum zu behändigen. Ja, das stimmt, aber der ist wahrscheinlich auch schnell. Und für so einen Kurs ist er wahrscheinlich ideal. Aber, ey, ich hätte den, ey, ich bin auch doof, ne? Ich hätte den Silverado nehmen sollen, ohne Scheiß für den Kurs. Ohne Scheiß. Das nehme ich auch nächste Mal. Den Silverado. Will ich auch nehmen. Aber der Ram ist im Handy sehr geil. Ist der auch. Boah, da kommt der Ram reingefahren. Der ist so cool. Der sieht auch schon ver... Oh, geil. Guck mal, was da steht. Der Hollywood Jacks. Boah, der Hemi. Hammer. Da geht dir eine ab beim Hemi, oder? Der sieht so ein bisschen aus wie bei den Dukes of Hazard. Da steht ein Ford Raptor in Rennversion. Das steht ein Serien-Dodge-Challenger. Und einen Ruf mit 1.257 Fahrzeugstufe. Yes. Der Ford Focus, das bin ich. Der Ford Focus. Verkehr ist aus. Oh. Okay. Rally. Ausscheidung. Homespeed Home. Ausscheidung mit ausgeschalteten Verkehr. Ist Homespeed Home nicht da drin, was wir gefahren haben? Ja. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Was mich rausgeschmissen hat. Das ist aber geil. Weil wenn man den Kurs kann, das geht es eigentlich. Mir fehlen echt noch Trucks hier. Ohne scheiß LKWs. Ey, du fängst doch jetzt nicht an zu schwächeln, oder? Ich? Ja, René. Was nehme ich jetzt? Hat einer den Buggy ausgepackt? Zwei haben den Buggy ausgepackt. Den Buggy ausgepackt. Brasil? Oh Gott. Der Silos ist Stufe 4 bei Silver. Ja, also schlagen. Habs gesehen. Ja, und jetzt geht es wieder los. Ja, und jetzt geht es wieder los. Hier ja, I can't sing in my song, I don't sing in your song, I don't sing in your song, I'm falling back in love, and I'm both no fans, to the beat that goes like this. I'm singing, yeah, 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 and boah, was ist denn hier los? I'm falling back in love. Keine Ahnung, wurde weggeschubt. Ich auch. Ich muss mir jetzt nochmal konzentrieren auf die Strecke. Das erinnert mich immer unheimlich an Insane für den PC. Ist Offroad Rennen. Oh, Fick. Entschuldigung. Sorry, René. Da bist mir voll ins Gefährt gefahren. Wow, was fährt denn da? Fuck, 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 fehler gemacht. Nein! Ich auch. Ich bleibe ja auch noch an unsichtbaren Wand hängen, hey, ich glaube das nicht. Sorry. Kein Thema. Der Viper, das Event verlassen ist. Ja. Da kommt es wieder. Mach's gut. Ciao. So. Ich kann das schaffen. Ja. Sprich dir nur Mut zu. Ja. Was willst du? Ja. Was willst du? Trottel. 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 Sorry, Vorsicht. Das ist eben nicht immer voll gebashed, du. Ja, sorry. Kann man erzählen, was da will. Der Raptor ist der Geilste. Der ist zwar ein bisschen weniger PS wie der Ram, aber vom Handling her ist der unschlagbar, äh, Rally. Da solltest du mal an Skyline Ready fahren. Hab alle Türen zugemacht. Jedes Gefühl ausradiert. Weil ich hab mir nämlich mal am letzten Klack der Punkt gekämpft. Dann bist du plötzlich da, und was ich vergessen wollte, scheint in neuen Licht und klar. Zeig mir, was ich tun sollte. Demo-Zinn ist uns zweitens Ziel kommen, um Punkte zu kriegen. Nein, ich fahr gegen einen Baum, ey, fuck. Ein Dritter, weil wir acht waren. Oh, hoffentlich. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott, es geht gleich raus, wir kriegen alle hohe Punkte. Sauber. Ja, sehr schön. Jawoll. Jawoll. Mit dieser Blick. Du an diese Blick. Bleibt an der Säule hängen. Ich bin Vierter, da fägt mich grad auf. Mach's gut. Kick den auf den Toten so raus, und rausfliegt. Ja, ich versuch's. Was fühlst du? Nein, ich nehm den Scheiß-Pfeiler mit, ey, Mann. Du gehst mir nicht mehr ausgeben. Das ist ein wenig Ausstieg. Ich mag das Rennen voll. Ohne Scheiß, das ist voll geil. Wenn man die Strecke erst mal kann, ja. Ja, die ist auch eigentlich relativ easy. Was ja, aber am Anfang hat es uns mal umgezogen. Komm, 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 flex, komm, flex, komm, flex, den schaffst du noch. Mann, komm, flex, komm. Ach, komm, ey, Verbindungsprobleme. Verbindungsprobleme. Ich krieg' nen Aß. Der Crew sollte eigentlich mal, äh, Winterbäumdienst-Venue rausbringen. Ach, Winter. Schaut mal auf die Karte. Nee. Sehr gut. Komm, nein. Komm, nein. Nein. Oh, das glaube ich nicht. Ich hätte noch überholen können. Mann. Ich hab, ich wünsch mir für so Crew, ich wünsch mir für so Crew, wünsch ich mir Jahreszeiten. Das wäre cool. Ja, und Wetter, Regen, Schroren, Gewitter, Regen, aber ohne auf die Fahreigenschaften einzugehen, sondern einfach nur, äh, einfach nur so optisch mäßig. Optische Effekte, der Typ ist rausgegangen, glaub ich. 79, jawohl. Halt jetzt hier nur vor. Ich sag jetzt bald ein, ein. Nee, so viel haben wir gar nicht bekommen, René. Aber ganz ehrlich, wenn wir Silber sind, dann wird's noch schwieriger. Das wird, je höher du kommst, desto schwieriger wird's. Weil, du siehst, der war jetzt Vorletzter und hat jetzt Minuspunkte gekriegt und der Letzte nicht. Das wird noch schwieriger. Ohne Scheiß. Was wollt ihr haben? Blitz-Kyle-Eye. Aber die Strecke, die wir gefahren sind. Motor City Chaos war das, oder? Ja. Oder parlez-vous Motor City Chaos. Parlez-vous Francais. Oh, ich hab Verkehr nicht angemacht. Mach nix. Tut mir leid. Die meisten sind rausgegangen, bis auf einen. Und cruisen durch die Stadt. Ihr drückt sie heils aufs Pedal. Jetzt geht's so richtig ab. An der Tanke angekommen, reicht der einziger Blick, dass er mir signalisiert, wie sehr er mich mag. Da hat er cooles Lächeln aus seinem süßen Gesicht. Geh mit, den Kick, den ich jetzt brauch. Und ich merke, wie mein Herz rasen heute Nacht. Mein Herz rasen, Baby, und es hält mich wach. Der singt definitiv immer noch nicht. Nee, 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 natürlich. Nee, 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 nee. Und ich merke, wie mein Herz rasen, Baby, und es hat sich... Wie viel Getriebeöl hast du schon getrunken? Was? Wie viel Getriebeöl hast du denn schon getrunken? Äh, ich hab noch circa 200 Liter noch. Äh, Milliliter. 200 Liter, ich wollt's grad sagen. 200 Liter, Alter, da wär die Pulle so groß. Aber, 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 aber die, aber die Pulle, die krieg ich noch weg. Die ist noch, ohne Scheiß, die krieg ich noch, äh, weg. Weil es grad so richtig lustig hier schön PvP, da mach ich nicht fun. 2, 1, Risiko. Vorsicht! Jetzt geht's so richtig ab. Wo ist der blaue? Hey, das war doch falsche. Den, 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 den. Ciao! Du Pisser. René, da ist wer hinter dir. Ja, ja, ich fall's. Elita fährt mit. Elita ist wahrscheinlich ne Frau. Möglich. Nee, egal. Die werden schonungslos weggerotzt. Hier, also ich mein, nicht im, nicht im echten Leben, sondern hier im Autorin-Spiel, ne? Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Mein Herz rast, Baby, Herz rasen heut Nacht. Ja, also langsam werden mir die Komplimente ein bisschen suspekt. Ich kann mich schon nicht mehr konzentrieren. Hör auf. Ich auch nicht. Dinn, 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 für uns beide hat die Nacht erst richtig angefangen. Dinn, 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 dinn. Und ich merke, wie mein Herz rast, Baby, Herz rasen heut Nacht. Mein Herz rast, Baby, und es hält mich wach. Bin falsch gefallen, das schaff ich nimmer. Mich wach, mich wach. Hör ihn weg, René. Sascha, den Blanc her, du wohnst. Nein, fuck. Fahren die doch geradeaus durch, ey. Dinn, 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 dinn erst mal hupen nein die 100 punkte gehören mir hau ab du wichser du wichser däden 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 däden